Guten Morgen mit dem letzten Video des Monats, nur keine Panik, Aktien im Fokus und mit einem weiteren Highlight aus dieser Woche. Es kamen ja ganz viele Technologieunternehmen mit Quartalszahlen und eines hatten wir vor allem vor dem Hintergrund der großen IT-Pannen vor wenigen Wochen genauer im Fokus, die CrowdStrike. Mal schauen, was die Zahlen hier hervorbrachten. Nach dem Intro geht's los. Guten Morgen, Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ja, das hat uns tatsächlich sehr beschäftigt im Sommer, das CrowdStrike IT-Update, beziehungsweise das gescheiterte Update, denn da hingen ganz viele Tools dran. Unter anderem ging bei dir bei Microsoft Teams nichts mehr, habe ich gehört. Ganz genau, also das war wirklich ein globaler IT-Ausfall. Der größte der Geschichte, kann man sagen, letztendlich verursacht durch ein Update bei der CrowdStrike. Und ja, alle Cloud-Plattformen waren betroffen, hauptsächlich natürlich die Microsoft-Cloud-Umgebung. Und damit führte es natürlich in allen Microsoft-Lösungen letztendlich zu Problemen. Und ja, viele Unternehmen haben dann auch den Tag beendet, den Arbeitstag, weil einfach nichts mehr ging, weil viele einfach nur den Blue Screen gesehen haben. Man konnte es sehr, sehr schnell lösen für die meisten Anwender. Aber wir sehen gleich auch noch in der Präsentation, der eine oder andere hatte doch länger damit zu kämpfen. Ja, das wollen wir auch mit zum Thema machen. Aber zuvor natürlich zu CrowdStrike auch noch ein paar Infos zur Firma streuen. Wer da noch nicht so im Bilde ist, der kann in den nächsten zwei, drei Minuten noch einiges erfahren. Wir schließen Sicherheitslücken, die andere verursachen. Also positiv formuliert oder vielleicht ein bisschen sarkastisch. In den Momenten konnten die Cloud-Systeme ja auch nicht mehr angegriffen werden. Ja, das ist korrekt. Wenn sie nicht mehr laufen, können sie auch nicht angegriffen werden. Aber man hat dann ein breites Produktportfolio auf die Beine gestellt. Jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt ist man mittlerweile am Markt, schon 2011 gegründet, von drei Visionären, könnte man sagen, entsprechend. Und da hat man sich auch Experative von einem Beamten des FBI noch mit dazugenommen. Und dann letztendlich sein Produkt CrowdStrike Falcon, das es bis heute gibt, hier schon 2013 auf den Markt gebracht. Vielleicht hatte der auch die richtigen Kollegen, um quasi als ersten Großauftrag das Justizministerium der USA ins Spiel zu bringen. Das war nämlich der Startschuss für eine weitere Expansion, wo man dann natürlich auch Eindruck finden konnte, indem man nicht nur die Sicherheitslücken geschlossen hat, sondern auch sie zurückverfolgt hatte, die Angriffe. Und dann darauf kam, oh, das waren ja chinesische Militärhacker. Und solche Sachen liest man und hört man ja öfters, dass zum Beispiel auch ein NATO-Stützpunkt angegriffen wird von, jetzt sind es russische Hacker gewesen. Ganz genau. Solche Vorfälle konnte CrowdStrike dann über die letzten Jahre immer wieder aufklären und auch entsprechend zurückverfolgen und dann natürlich auch daran arbeiten, dass so einfach so etwas nicht mehr in der Zukunft geschieht entsprechend. Und so ist man auch ganz schnell gewachsen, hatte verschiedene Finanzierungsrunden und hat bereits 2017 auch eine Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar hier erreicht entsprechend. Und zwei Jahre später ging es dann auch schon an die Börse 2019 mit dem IPO an der Nasdaq. Und die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist dann auch rasant weiter gestiegen und betrug 2020 im Hoch 30 Milliarden US-Dollar. Ja, und damit ist auch das Produktportfolio immer weiter gestiegen in den sogenannten Shownotes. Unter dem Video geben wir dazu auch noch ein paar weitere Infos und möchten hier in der Grafik einmal die Abgrenzung vornehmen zwischen den anderen Cybersecurity-Produkten. Die gibt es ja auch. Andere Firmen haben genauso Produkte am Markt platziert, aber tatsächlich kann CrowdStrike von sich behaupten, sie sind der Marktführer. Ja, man ist weiterhin der Marktführer hier entsprechend. Es gibt natürlich, die Konkurrenz ist groß und die schläft auch nicht. Die wird eigentlich zunehmend größer. Die Palo Alto Networks wird immer auch als einer der Hauptkonkurrenten genannt, aber natürlich auch die etablierten Tech-Unternehmen wie eine Microsoft haben da ihre eigenen Lösungen. Aber es gibt auch links und rechts noch Unternehmen, auf die man schauen kann. Eine Sentinel One ist mir auch kürzlich hier begegnet in einem anderen Zusammenhang. Cisco oder VMware kennt man auch und eine Broadcom. Also da gibt es durchaus große Konkurrenz in diesem Sicherheitssegment. Ja, eines haben alle gemeinsam. So ist der Satz richtig. Sie stammen aus den USA. Und das ist auch der größte Markt für CrowdStrike. 68,3 Prozent der Umsätze stammen aus den USA. Ja, aber auch Europa wird ausgebaut. Das hatten wir im Sommer auch schon mal zum Thema gemacht. Verschiedene Partnerschaften und verschiedene Tools, die angedockt werden, die alle in der Cloud liegen und geschützt werden müssen mit ihren Daten. Ganz genau. Da kann man wirklich fast an alle bekannten Plattformen hier auch andonken entsprechend, um diese zu schützen. Egal, ob das diverse Apps sind oder was auch immer. Einige kennt man sicherlich, diese Logos. Und da hat man wirklich auch strategische Partnerschaften mit führenden Unternehmen abgeschlossen. Am Ende ist es ein relativ einfacher Prozess. Also man muss da nicht mit einer ganzen IT-Armata anrücken, um das zu installieren. Man hat also hier auch eine Oberfläche, die auch zusammen mit der künstlichen Intelligenz, die heißt übrigens Charlotte, hier an allen Schnittstellen wacht und das Ganze beobachtet. Und das ist ja weiterhin auch ein globales Thema. Also die Cyberangriffe, die nehmen Monat für Monat zu. Und so ein bisschen fühlt sich das für mich an wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Wer ist schneller? Die Cyberattacke oder die Cybersecurity-Software? Ja, ganz genau. Und da hilft natürlich die künstliche Intelligenz, AI, um viele Dinge auch effizienter zu gestalten und einfach die Attacken auch schneller zu erkennen entsprechend und dann auch entsprechende Lösungen hier anzubieten. Ja, wir gehen noch mal kurz auf den IT-Unfall an. Das kann man sich nicht deklarieren. Ein, der stattgefunden hatte im Juli und zwar war das Sicherheitsupdate am Wochenende ausgespielt worden und komischerweise nicht so getestet worden, als dass es überall lief. Denn am Montag standen nicht nur einige Kliniken still in den Operationssälen, sondern auch die Flughäfen. Ja, viele Flüge mussten gestrichen werden, Paketzustellungen verzögerten sich, medizinische Termine mussten verschoben werden und ja, viele Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, natürlich auch aus dem Finanzsektor, konnten entsprechend nicht arbeiten. Also da gab es durchaus wirklich weltweite Probleme entsprechend im großen Stil, die es nie davor gegeben hat. Und ja, in der Folge hat man natürlich schnell reagiert und die meisten Systeme waren dann auch entsprechend wieder nach einem Tag oder etwas länger am Laufen. Ja, und das hat ja selbst die Bundesregierung dann auch noch mal warnend erwähnt, dass es hier das fehlerhafte Urteil gibt. Also auch Behörden waren da sicherlich lahmgelegt, wenngleich man da sicherlich weniger hört als von Unternehmenssicht. Was sind die Folgen? Erstmal hat man gemunkelt, dass Crowdstrike hier mit mehreren Milliardenklagen überzogen wurde. Aber wir hatten schon in der Berichterstattung damals angemerkt, dass ja die Kunden gar kein Interesse haben, das Unternehmen so weit finanziell zu schröpfen, dass es gar nicht mehr existieren kann. Und es kamen auch keine großen Klagen, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, davon hat man jetzt wenig gehört. Zunächst hieß es, dass einige doch da klagen wollten, aber man braucht sich natürlich gegenseitig entsprechen und man möchte natürlich auch weiterhin die Lösung von Crowdstrike nutzen. Von daher ist man durchaus daran interessiert, dass das Unternehmen dann auch nicht in irgendeiner Form in Schieflage gerät. Und ich glaube, die meisten, soweit man das jetzt erpressen, haben einfach darauf verzichtet, hier zu klagen, sondern man versucht eigentlich da eher gemeinsam auch an Lösungen zu arbeiten. Ja, und die Lösung, eine der Lösungen ist zum Beispiel, dass man eine Konferenz einberuft, auch mit den Kunden, auch mit Microsoft zusammen zum Beispiel. Nicht nur, dass man das aufarbeitet auf der Homepage, was da schiefgelaufen ist und im eigenen Unternehmen dann Fürsorge trägt, dass es nicht wieder passiert, sondern dass man auch nach außen geht und konstruktiv in die Zukunft blickt, was man besser machen kann. Ja, und das ist, denke ich, positiv, dass insbesondere hier eine Microsoft das Ganze ins Leben gerufen hat und da mit den verschiedenen Sicherheitsanbietern, allen voran der Crowdstrike, sich zusammensetzt und da nach gemeinsamen Lösungen sucht. Ja, ich habe das auch ein bisschen kritisch beäugt, denn wenn die anderen großen Unternehmen sehen, was sie für eine Abhängigkeit von Crowdstrike haben, gerade in der Peergroup, die hätten ja auch die Möglichkeiten selber, so eine Software hier voranzubringen, oder? Ja, das ist durchaus möglich, dass der eine oder andere das noch mehr vorantreibt. Gerade eine Microsoft mit der Größe könnte da durchaus auch einiges investieren, um da vielleicht auch ein Stück weit unabhängiger von Crowdstrike oder anderen Drittanbietern zu werden. Auch andere große wie eine Oracle hätten dazu sicherlich das Potenzial. Ja, deswegen schauen wir auch da immer gern auf die Peergroup, auf die Unternehmen, die im selben Marktsegment tätig sind und die eben das Potenzial haben, auch mehr Konkurrenz zu Crowdstrike zu bilden. Kommen wir zu dem Unternehmen selbst zurück und zu den Quartalszahlen. 2023 ist man schon sehr stark gewachsen, 2024 im ersten Quartal auch. Und das wurde auch für die nächsten Quartale sofort geschrieben. Dann kam eben diese IT-Panne und da fragte man sich, können die neuen Zahlen das Ganze nochmal nach oben treiben oder gibt es hier einen Rücklauf? Und wir haben im Sommer ja schon den starken Ausblick gesehen. Ist denn an dem was dran geblieben? Ja, die Zahlen sind auch dieses Mal positiv ausgefallen. Das muss man ganz klar so sagen. Man sieht weiterhin das Wachstum, das vorhanden ist hier bei einem Umsatz von 963 Millionen US-Dollar. Entsprechend im Vorjahreszeitraum waren es noch 731 Millionen US-Dollar. Also man sieht hier ein Wachstum von circa 32 Prozent. Beim Umsatz entsprechend der Nettogewinn, der betrug 47 Millionen US-Dollar oder 19 Cent je Aktie und ist damit auch deutlich höher ausgefallen als erwartet und auch als im Vorjahresquartal. Von daher, die aktuellen Zahlen sind gut. Aber wenn man dann auf den Ausblick und auf die Jahresprognose schielt, sieht man, dass sich Crowdcircits schon so ein Stück weit auch gezwungen sah, die Jahresprognose ein kleines Stück weit zu senken. Und es gab jetzt eine überarbeitete Prognose und man erwartet nur noch einen bereinigten Gewinn. Die Aktie von 361 bis 365, das ist etwas weniger und auch der Umsatz soll ein klein wenig geringer ausfallen als erwartet, weil jetzt doch auch gewisse Sachen hier verarbeitet werden müssen. Entsprechend man arbeitet auch an einem Kundenbindungspaket. Das heißt, letztendlich geht es ja auch um Rabatte, um einfach die Kunden auch langfristig bei der Stange zu halten. Und das kostet natürlich entsprechend und demzufolge eine etwas revidierte Prognose. Ja, Gewinne steigen weiter, aber du sagtest ja schon, die Kunden müssen bei Stange gehalten werden. Also es ist ja ein Abo-Modell zu über 93 Prozent, was hier Crowdstrike fährt. Und da möchte man natürlich auch die Wechselbereitschaft relativ gering halten. Da aber das Unternehmen dieses Jahr in die Gewinnzone erst eingetreten ist und die Gewinne weiter steigen, könnte man ja sagen, das ist eine sehr positive Entwicklung. Und auch die Rentabilität zieht ja an. Also insofern grünes Licht. Ja, würde ich auch sagen, die Entwicklung ist weiterhin sehr positiv zu bewerten. Es gibt auch einen Indikator, der immer sehr wichtig ist bei diesen Abo-Modellen. Das sind diese wiederkehrenden Umsätze, Annual Recurring Revenues entsprechend und die sind auch sehr positiv ausgefallen mit 3,86 Milliarden auf Jahressicht über den Erwartungen. Und das ist immer ein sehr wichtiger Indikator, ein Schlüsselindikator auch für das zukünftige Umsatzpotenzial eines solchen Unternehmens. Ja, deswegen sind die Analysten auch mehrheitlich immer auf einem Kaufrating geblieben in jüngster Zeit. Das hat sich ein bisschen verändert. Wir hatten ein paar Analysten, die gesagt haben, oh, jetzt nur noch neutral, aber die große Masse und auch die Kursziele zum aktuellen Kurs sind doch weiter auf der positiven Seite zu finden. Ja, die Analysten sehen die Situation durchaus differenziert, aber die positiven Aspekte, denke ich, überwiegen hier entsprechend. Und es gibt, denke ich, insgesamt geringere Auswirkungen durch diese globale IT-Panne, als der ein oder andere befürchtet hätte. Von daher sind die langfristigen Aussichten durchaus stabil. Ja, und deswegen ist auch die Bewertung, wenn wir jetzt gerade erst in die Gewinnzone gekommen sind in diesem Jahr, noch exorbitant hoch. Das ist ganz normal, wenn ein Unternehmen das erstmalig schafft, in die Gewinnzone zu kommen. Deswegen würde ich mir über das KGV von 500 jetzt nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Nein, das denke ich auch nicht. Man ist da noch sehr früh jetzt nach der Gewinnstelle bei der KGV-Bewertung angelangt. Und von daher dauert es sicherlich einige Quartale, bis das zurückkommt und sich einpendelt. Von daher, ja, in einigen Quartalen können wir gerne nochmal über das KGV sprechen. Aktuell ist es in der Tat eher zu vernachlässigen. Ja, es kommt ja auch dann deutlich nach unten. Also 2026 soll es dann nur noch bei, in Anführungsstrichen, 211 liegen. Und von der Entwicklung der Aktie her ist ja dieser große Run, diese große Outperformance, die wir teilweise gesehen haben, auch erst einmal verpufft durch das Minus, was wir gesehen hatten, von mehr als 30 Prozent waren das ja. Also da spricht man ja schon von einem Crash. Und jetzt ist die große Frage nach der Erholung, nach dem IT-Ausfall, ob wir jetzt schon wieder in einem Bereich sind, wo die Aktie erneut kaufenswert ist. Ja, schauen wir uns die Aktie gerne dann auch im Chart an entsprechend und sehen, was dieser uns hier darstellt entsprechend. Man sieht hier zunächst im Wochenchart, ja, eine sehr volatile Aktie mit einem starken Aufwärtsimpuls 2020, 2021, auch einem starken Rückserster 2022 und seit Beginn 2023 hat sich ein sehr großer Aufwärtsimpuls herauskristallisiert. Ein schöner Aufwärtstrend entsprechend hin zu neuen Allzeithoß, knapp unter der 400-Dollar-Marke. Und dann sieht man, kam die Aktie schon vor diesen Problemen etwas zurück und ist dann, ja, förmlich eingebrochen hier entsprechend, entsprechend hier Mitte Juli, als es diese Probleme gab. Man konnte die runde Marke von 300 Dollar nicht halten, ist dann auch seit langer, langer Zeit nochmal unter den 200-Tage-Durchschnitt zurückgefallen. Und ja, da ging es weiter eigentlich schnurstracks in eine Richtung und erst ziemlich genau bei der 200-Dollar-Marke hat man dann eine Gegenbewegung eingeläutet. Und wir befinden uns aktuell weiterhin in dieser Gegenbewegung, die uns jetzt schon, ja, fast 80 Dollar hier getragen hat entsprechend. Jetzt sieht man zu den Zahlen, da können wir vielleicht auch noch eine kleinere Zeiteinheit mit reinnehmen, zu den Quartalszahlen, weil die Aktie volatil, ja, erst nach unten ausgeschlagen, dann nach oben und letztendlich doch nochmal abverkauft werden. Aber im gestrigen Handelsgeschehen hat sich die Aktie wieder erholt entsprechend. Und demzufolge könnte es durchaus sein, dass sich diese Aufwärtstendenz noch weiter fortsetzt. Ich denke, wir haben hier einen Schlüsselbereich im Bereich von ca. 300 Dollar. Dort kommt sowohl das alte Allzeithoch, das ist diese grüne Linie entsprechend unter 200-Tage-Durchschnitt zusammen und vielleicht in einigen Tagen dann auch noch mit dem 50- und 100-Tage-Durchschnitt. Von daher, das ist ein Schlüsselbereich. Über 300 Dollar sieht das Bild wesentlich positiver aus. Und man könnte auch nochmal über dieses Gap hier und ein eventuelles Gap-Close sprechen. Unter 300 Dollar einfach die Gefahr, dass diese Gegenbewegung auch nochmal abverkauft wird. Und vielleicht kann sich die Aktie dann hier im Bereich von 240, 250 Dollar stabilisieren. Und man könnte bei einem höheren Tief auf Tagesbasis dann vielleicht auch auf der Long-Seite spekulieren. Aber aktuell die Aktie charttechnisch eher neutral zu sehen. Ja, bis dahin, bis das Gap angelaufen wird, sprechen wir sicherlich nochmal über die Aktie. Es gibt ja da ständig Neuerungen, vielleicht auch nochmal ein paar neue Kunden, die hier von CrowdStrike in eine Partnerschaft hineingezogen werden. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Das auf jeden Fall. Wir werden es weiter beobachten und dann darüber berichten. Ja, danke für die Berichterstattung und dann bis zum September-Berichterstattungszeitraum. Danke dir, Roland Ying. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.